Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Paketschein, egal ob von DHL oder Hermes, richtig ausfüllen kannst, damit dein Paket danach einfach sicher richtig ankommt. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn man so einen Paketschein das erste Mal in seinem Leben ausfüllt, kann es oftmals etwas verwirrend sein, in welche Zeile jetzt eigentlich was genau reingeschrieben gehört. Jedoch musst du wissen, dass du auf jeden Fall den Kugelschreiber hierfür verwenden solltest. Auf der linken Seite hier steht der Absender, weswegen ich hier einfach mal meine eigene Adresse eintragen muss. In die erste Zeile kommt der Vor- und dann der Nachname rein, es kann aber auch der Firmenname sein. Bei mir ist es jetzt einfach mal Max Mustermann, könnte aber auch die Mustermann GmbH in meinem Fall sein. In der zweiten Zeile kann man dann einen Adresszusatz eintragen, in meinem Fall vielleicht erstes Obergeschoss, kann aber auch ein Hinterhof zum Beispiel sein. Doch diese Zeile bleibt einfach meistens frei. In die dritte Zeile kommt dann die Straße und deine Hausnummer rein, bei mir die Musterstraße 1. Und in die vierte Zeile hier links drüben die Postleitzahl, bei mir fünfmal die 9 und der Ort Musterhausen. Ganz wichtig auch noch, du solltest unbedingt alles schön in Druckbuchstaben schreiben, dass man es natürlich auch lesen kann. Denn wenn jetzt zum Beispiel dein Paket beim Empfänger nicht abgegeben werden kann, da diese Adresse vielleicht falsch angegeben worden ist, dann würde das Paket zu dir zurückgeschickt werden. Beim Empfänger hier drüben kommt jetzt die Adresse hin, wo natürlich dein Paket dann auch hingeschickt werden soll. Ähnlich wie beim Absender in die erste Zeile wieder Vor- und Nachname, bei mir jetzt Eva Mayer oder wenn du an eine Firma schickst, die Mayer GmbH zum Beispiel. In die zweite Zeile kommt wieder ein Adresszusatz, wie zum Beispiel Hinterhof oder erstes Obergeschoss, wenn hier oben ein Name steht. Oftmals ist es aber auch der Fall, dass wenn wir jetzt hier oben die Mayer GmbH hätten, dass wir an eine bestimmte Person in dieser Firma schreiben möchten oder das Paket dorthin schicken möchten. Dann können wir zum Beispiel hier auch etwas reinschreiben, wie zu Händen an Sabine Mayer. Dann würde das Paket an Sabine Mayer in der Mayer GmbH abgegeben werden. In die dritte Zeile tragen wir wieder die Straße und die Hausnummer ein, bei mir die Mayer Gasse 1 und wenn das Paket an eine Firma geht, kann es auch sein, dass hier dann zum Beispiel Postfach 1234 reinkommt. Das ist auch noch relativ üblich bei Firmen. In die vierte Zeile tragen wir dann hier links die Postleitzahl und hier rechts wieder den Ort ein, also 12345 Mayerhausen und darunter können wir jetzt noch das Land eintragen. In den meisten Fällen ist das hier eh Deutschland, auch wenn wir einmal ein Paket in ein anderes Land schicken müssen, hier natürlich zum Beispiel England eintragen. Nun kannst du hier unten noch die Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse von dem Empfänger angeben. Falls diese zum Beispiel nicht zu Hause ist, kann die Post nochmal Kontakt mit dir aufnehmen und wenn sie zum Beispiel nicht existiert und das Paket auf gar keinen Fall zugestellt werden kann, unbedingt hier unten noch Ja ankreuzen, dann würde das Paket nämlich zu dir zurückgeschickt werden. Wenn der Paketschein ausgefüllt ist, das Paket auf jeden Fall schön mit Paketband noch zukleben, dass dieses auf gar keinen Fall aufgehen kann, so wie bei mir jetzt das der Fall ist. Zum Schluss den Paketschein noch auf die größere Fläche von unserem Paket draufkleben, hierbei ist es egal ob mittig, weiter oben, weiter unten, da gibt es keine Vorschriften, jedoch sollten solche alten Barcodes auf jeden Fall verdeckt sein. Jetzt am besten den Paketschein noch an allen vier Seiten festmachen, dass dieser wirklich schön sauber auf meinem Paket oben sitzt. Und ich kann mein Paket zur Post bringen, wo ich nochmal etwas Geld für den Versand zahlen muss und somit haben wir schon den Paketschein richtig ausgefüllt und das Paket kommt sicher beim Empfänger an. Wenn du dir für zu Hause so einen Versandkarton oder auch Paketband zulegen möchtest, was man zu Hause wirklich immer mal wieder gebrauchen kann, dann empfehle ich dir hier für Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft hier fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterszilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.